Ich hab nen Vogel, Darko? Ja? Ich hab nen Vogel, du ja nicht! Warte mal, es hört sich falsch an. Das Ding ist aber knubbelig. Du musst noch mal zu Taris zurück und dir das Ei holen. Wir sehen uns, wenn ich fertig bin. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann hab ich halt mal mehr als du. Das sind doch sowieso. Stimmt. Die zwei Gleiter und die anderen zwei Haustiere. Aber zwei Gleiter hab ich mittlerweile auch. Ja, du hast zu dir gekauft. Ich habe drei Gleiter. Zwei davon kostenlos. Ja. Den hab ich mir gegönnt. Weil die anderen zwei Gleiter, die kostenlos waren, sind ja viel zu groß. Aber der kämpft nicht mit. Das ist englisch. Schade. Der läuft nur hinterher. Wie so ein Dackel. Ich muss doch jetzt nach dort hin, wo ich hin will, oder? Ja. Ich muss doch jetzt nach dort hin, wo ich hin will, oder? Ja. Oh, lass mich doch jetzt mal in Ruhe. Oh, lass mich doch jetzt mal in Ruhe. Ich hab mich nix getan. Den Loot lass ich sogar extra liegen. Och, kommt schon. Was soll denn das? Was? Was? Das ist doch noch hier rum. Hey du, ich versteh dich immer noch nicht, ich brauch nen Übersetzer. Und jetzt reicht's aber mal hier. Warte mal, wo muss ich denn hin? Da hin, irgendwo hin. So, jetzt kann ich weiter gleiten. Ja, ich kann weiter gleiten, ich krieg das hin. Äh, wo bin ich auf der Map? Ja, wo bin ich auf der Map? Ja, wo bin ich auf der Map? Ich muss hier unten langen. Ne, hier bin ich falsch. Alter, kümmere dich mal drum. Ich muss oben lang und dann da hinten, okay. Also wieder zurück. Hier oben lang. Hier lang. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Oh, ich hab das Tollgebild an, Scheiße, muss ich jetzt machen. Ich muss aber ganz kurz kämpfen. Das Pausebild ist gleich weg, gleich ist es weg. Moment, Moment, Moment. Ähm, Pausebild ist weg. Ha! Alter, die mit dem Stern halten mir viel mehr aus, das ist Scheiße. Oh, ich muss ja 30 Types hier so lange holen. Oh, da kommt der zu hochgegangen, der Hund. Scheiße, ich muss ja nochmal rauskommen, ich hab den Chat jetzt wieder. Oh, 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 oh. Okay, keine Ahnung, was da jetzt gab. Guck ich mir gleich an. Äh, was gab's denn? Ach, ist das schlecht. Das ist ja schlecht. Der hat den Stern, der hält ja wieder mehr aus. Der hält ja wieder mehr aus als alle anderen. Auf geht's. Katja är sofort zuhören. Sie sind sicherlich schlafen. Ah, ich kann sie nicht schlafen. Und ich kann sie nicht schlafen. Ganz ruhig. Ich kann sie nicht schlafen. Aber ich kann sie nicht schlafen. Das war's für heute. Pallum, pallum, pallum! Pallum, pallum! 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 fehlen hier nur noch dreizehn ich verspreche ihnen nichts geringeres als perfektion äh was ist hier drinne handschuhe der stufe 75 why die 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 Das war's für heute. Ah, ich weiß gar nicht, dass Darko gerade war. Der ist die ganze Zeit gemutet. Die hören sich irgendwie an wie Robben. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Da, wo ich die hübsche Unterwäsche gesehen habe. Jetzt zieht wieder jemand Neues ein. Jetzt ist die Frage nochmal, ob ganz oben oder ganz unten. Wenn die Person ganz unten einzieht und es ist eine Frau, sehe ich die natürlich, wenn ich bei den Kindern rausgucke. Ich habe einen kompletten Blick ins Wohnzimmer. Wenn man es so nimmt, sehe ich halt wieder alles. Gucke ich aus dem Wohnzimmerfenster, sehe ich die Nachbarn im Bad stehen. Also die Frau, wenn die sich da frühs zurecht macht. Und die ist auch nackt. Also ich habe so eng Glücksgriff mit der Wohnung hier. Ich brauche eigentlich gar keine Partnerin mehr. Ich sehe viele nackte Frauen auf mich. Die ist ja auch dabei. Ich mache keine Probleme in der Mine, weißt. ich bin bei irgendwas die sorgen eines jahres mit der mine hatte ich doch das ist so eine quest die tausende bonus neben quests hat ich glaube die hatte ich schon ich muss jetzt gerade über typ sie es befreien also rein theoretisch müsstest du auf jeden fall vor mir sein von quest ich habe nur noch drei gelbe also das sind alles nur helden plus zwei missionen die ich hier habe du hast bestimmt noch andere questes ja und ja und ich muss erstmal kämpfen das ist das lege der das auf ja w w w w w w w w so jetzt verstehe ich was hast du ganz genau gesagt was hattest du jetzt gesagt wegen quest technisch also dass sie nur sieben nebenquests habe und die hauptquests soll ich habe noch normale nebenquests oder helden plus zwei ich habe vier helden plus ich sehe jedenfalls hier ich habe fünf helden plus zwei und zwei normale siehst du ich habe nur helden plus zwei normale kürze ich noch gar nicht das habe ich noch gesehen der die verteilt ich halte mich hier mit den ganzen quests eigentlich mal ja jundland Doch, Pause hatte ich schon gemacht. Ich muss jetzt überlegen, ob ich überhaupt schon mal eine Pause gemacht habe, oder? So, Bonus-Quest erledigt, muss ich nur den Häuptling umballern. Wo ist er? Der Pimmelklatscher! Da oben steht er! Na dann! Der hält ein bisschen was aus. Ohhoho! So, der ist auch da unten. Streukanone, erfordert Streukanone, den kann doch Alton nicht einsetzen, das Ding. Das glaube ich nicht, das Ding ist ja immer... Holy shit. Ne, der kann nur Blastergewehr benutzen. Ja, das ist ja auch noch keine halben Quest, die irgendwie herausfordernd war. Also nicht so wie bei Nashadar, wo man mehrmals stirbt. Das hatte ich hier irgendwie noch gar nicht. Hast du schon Piratentyrannei gemacht, die Helden plus 2 Quest? Wie heißt die? Piratentyrannei. Ne, die hat noch. Da, das ist da, wo ich gestorben bin. Na dann. Dann dort hin. Ach, warte mal, was war das mit den Geo-Noise? Mit den fliegenden Ratten. 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 Na, wo muss ich denn jetzt hin? Na klar, ich renne richtig. Geo-Noiseanischer Kriegstroider. Boah, leck mich fett, ey. Der muss gut was aushalten. Mit den Lebenspunkten. Ja, durch ihn konnten sie bauen. Das stimmt, Leute. Renn ich jetzt überhaupt richtig? Ja. Und hier geht's rein. Okay, da ist schon der erste mit Sternen. Hier drinnen heils natürlich nicht. Ja, das war klar. Ei. Ich hab schon gerade mit den Kampel. Ach du Hämmerdkampel, die halten nicht mehr aus. Ach du Hämmerdkampel, die halten nicht mehr aus. Allianzstadtssuche. Erfolg abgeschlossen. Was mitten im Kampf ist. So, was hab ich? ob wir schon mal im außenposten toranz an warst sollen der sein bleibt oben links obwohl mitte links ist es eigentlich also jungen landings bums im dünnmeer dünnmeer ganz oben links werden mehr der pfeil da diese außenposten wo man den pfeil dahin machen kann dann bin ich gerade und da waren wieder drei neue tests ja dann für den habe ich nix so ein dolly alter schon wieder was stufe 75 ich muss das mal irgendwo lagern so ich muss das andere zeug alles verkaufen wie sie geht die fliegenden rattenstreitkräfte ok andere quest gibt es hier nicht ja 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 schwarmkönigin die müsste ich doch dann bestimmt zum schluss um ja 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 Stelle die Codes des Signalgeräts sicher. Ich muss da hoch, also nicht zur Königin. Okay. Also hier einfach in der Mitte durch. Ich muss da hoch, also hier in der Mitte durch. Untertitelung des ZDF, 2020 D-d-d-d-d... Gesundheit. Ich habe kein Wort verstanden, was der von mir wollte. Geht wieder Angriffskraftflöten? Nee. Den habe ich ja dort oben schon nochmal. Gut. Warte mal, ich habe hier doch so eine Reisefähigkeit. Da bin ich. Keine Ahnung, wo das ist. Da komme ich eh schnell. Gehen wir mal dort hin. Ich kann halt wirklich zwischen den ganzen, da wo die Gleiter hin und her fliegen über die Map, kann ich mich halt hinteleportieren lassen. Regelmäßig. Ich muss jetzt fünf Minuten warten, dann geht es wieder. Cool. Hier gibt es eine Heldenmission. Leichen? Welche Leichen? Ist irgendjemand gestorben? So ein schreckliches Ende wünsche ich niemandem. Warte mal, die habe ich schon. Die habe ich schon gemacht. Mit den Granaten. Nein. 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 Das ist nämlich eine fucking Helden plus zwei Mist. Die habe ich schon gemacht. Ähm. Aufgeben. Nein. Ich mache dir kein zweites Mal. Vergess das. Nein. Nein. Es gibt auch Planeten, da ist es nicht immer so unerträglich. Nein. Nein. Warten Sie die Untersuchungen und Produktvorschläge ab. Ist ja auch mal ein Geschenk dabei. Alles verkaufen. Äh. Alles verkaufen. So. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Altor, ich muss dich wegschicken. Warte mal, machen die gerade irgendwas? Bis auf der, der macht nichts. Hässlicher Druide, komm mal bitte zu mir. Okay, aber. Großer Einfluss. das war schon mehr geschenke habe ich gar nicht okay hässlicher druide geh weg alter du darfst zu mir kommen das war diese hässliche mission die will ich nicht haben stimme händler nee brauche ich nicht ich habe schon alles verkauft was das bei welchem außenposten hast du die quest bekommen beim außenposten torazan genau da habe ich nur eine scheiß helm plus zwei mission hier habe ich zum beispiel gar nicht weil ich sie wahrscheinlich noch nicht mal gemacht habe die quest technisch das unterscheidet sich wirklich stark von uns von unseren dingern da das waren halt alles erkundungsquests und irgendwie hast du glaube ich noch nie eine einzige erkundungsfest gehabt warum auch immer richtig so brauche ich nicht ich erkunde ja auch so mehr als genug die gegend hier ich will ja auch mal alles aufdecken dann mache ich jetzt auch weiter draußen fehlt mir noch was zwei ecken ach soll mich nicht stören das heißt ich habe jetzt noch eine gelbe quest und dann geht es in den hauptstorys weiter aber jetzt vielleicht finde ich ja woanders noch ein paar quests für mich kann ja alles möglich sein also habe ich noch nicht mal so viele dings gefunden aber das ist ein bisschen seltsam das sind schwierig fliegende ratten ist aber auch ein riesen areal bei dem map ist verdammt groß ich bin nicht mehr rein gekommen weil da eine mauer war war da mir nicht irgendwie sowas mit meiner aussprache ab und zu wenig schlaf gehabt eindeutig und trotzdem was du helfer und wir haben es 18 uhr ich habe drei kaffee intus und die helfen einfach nicht ich muss mir dann gleich erstmal die vierten uhr ein scheiße ich müsste vielleicht mal nach oben gucken wo ich hinfahre wirklich? mandalorianisches gebiet die gäbe es auch überall ja wusste ich es doch da hinten kommt man nicht hin da ist diese kack Mauer dann backe ich mich da rein warum willst du denn überhaupt mal aufdecken? zumindest den rand oh da bin ich ja schon hä warum wird mir das hier nicht aufgedeckt? was soll das? oder ist doch nur noch oben rechts das in der englisch aufdecken muss naja dann decken wir oben rechts das halt auf naja soll ich muss peepsigal sein hier ist eigentlich auch dein zweites holocom gefunden in dieser wüste ja aber du kommst nur von ecke von der anderen mephälfte rein zum datacom das habe ich gleich als erstes geholt also erst habe ich ihn als requests versucht habe ich dann gestorben da habe ich mir erstmals datacom gekümmert das musste sein das ist aber auch knifflig dahin zu kommen wenn du nie weißt dass du von der anderen mephälfte da reinkommst suchst du dich dumm und dämlich da hinten geht es dann hoch und da muss ich lang um das aufzudecken oh je hoff ich doch mal und jetzt fängt es an da ist ein schäbiger druide hier liegt ein toter und es liegt nie rum ein toter liegt hier rum ruinen dingsbums habe ich entdeckt jetzt haben wir hier schon mal alles aufgedeckt nice was ist das denn schreckenssat sand dämon stufe 29 schlitze 80.000 leben was der leuchtet irgendwie gegen den kämpfen der leuchtet rot da hinten sind fliege fischer schreckenssat sand fledermaus 29 infizierte kreatur irgendwie will ich hier gegen das ich kämpfe und ich will hier rum gucken hier gibt es bestimmt wieder was was man lupen kann was sag ich doch das ist eine lupenkiste holy shit greifen mich hier viele an aber die halten nichts aus die piste ein rucksack ein helm und irgendein stimmscheiß das ist noch so ein infiziertes biest schreckenssat hüsis und noch eins schreckenssat hüsis es fehlt hüsis h s s i s s hüsis irgendwas geiles muss es doch geben dann gegen das große fügel mit 80.000 leben kämpfe ich dann das muss einfach sein das muss dann einfach mal sein aber die können mir nicht erzählen dass es hier kein ei oder sowas so ein begleitei oder so gibt das ist ja so abgelegen und versteckt das ist wie auf taris mit dem ei ja bist du schon mit dem ballon hier gefahren ballon nö das ding ist ja mal absolut langsam man kann hier mit dem ballon fahren ich will wissen wo er hinführt ja hier bei diesem hologron winzlingsdings box da kreist so ein ballon und bin ich drauf gesprungen und er ist dann losgefahren ok fährt jetzt die ganze zeit in nördlich schneckentempo ich hab gefühl zwei meter durch die linke kleine mitte ja ist doch gut ich hab grad nur den twitch channel auf dem linken sehen oh gott ey kommt irgendwas muss es doch hier geben gebt mir was geiles ne ne das auch nicht ne das auch nicht ne das auch nicht leuuuuuuul hier gibt es einfach gar nichts noch die ne 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 Man sollte auch die richtige Taste drücken ey, eik, 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 eik. So und wo ist jetzt das hässliche Biest? Da ist es. Na komm, scheiß noch. Nur ist noch an? Das hält was aus. Scheiße, das hält gut was. Das wird ein langer Kampf werden. Ich bin fast der Lübter. Geil, hoffentlich. Du wirst nicht fliegen. Ich bin fast der Lübter zu schütteln. Ja, ich bin fast der Lübter. Ja, das ist ja echt der Lübter. Ja, ich bin fast der Lübter. Ich bin fast der Lübter. Kackvieh, jetzt stirbt doch endlich mal. Also wenn zwei von den Viechern hier wäre, dann wir schicken sind da oben. Wenn auch das Scheiße sich immer wieder hochheilt. Das heilt sich immer wieder hoch. Ich habe jetzt schon wieder geheilt. Ich glaube nicht, dass das hier am Wasser liegt. Dann wäre es ja dauerhaft gehalten. Dann hat es schon wieder hochgegelt. Das ist kein Postkampf. Ich glaube, es wird ein Postkampf. Ach so, ja. Ich dachte, du hast Postkampf gesagt. Wenn das nicht mal entworfen ist, dann stimmt ja irgendwas nicht. Wenn das so weitergeht, dann versuche ich das viel kleiner vom Wasser wegzulocken. Regenerieren hat es eingesetzt. Das klingt nicht mit, weil auf Nummer Block 6, also auf der Taste 6, die Attacke, kann ich immer nur einsetzen, wenn nur noch eine gewisse Anzahl an Leben vorhanden ist. Die nennt sich nämlich Todesstoß. Die nennt sich nämlich Todesstoß. Das ist die Katze hier alleine wegballern hier. Wenn der sich so schnell regeneriert. Hat er schon wieder Regenerieren eingesetzt. Ne, vergiss es. Das Biest. Das Biest. Wollen wir mal weg machen vom Wasser? Könnte ich halt versuchen. Ne, jetzt setzt schon wieder regenerieren ein. Ganz ne Knick, ne. Das Biest kriegst du irgendwie down. Ja, okay. Ich dachte hier oben wäre irgendwas interessantes, besonderes, geiler Loot oder so. Pff, ein bisschen Arsch getreten mit so nem Ekelviech. Ihr werdet euch wundern. Na dann. Apropos, kann ich die Schnellreise wieder einsetzen? Jo. Oh, da knackt der Rücken. Ähm. 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 Paluff, luft, 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 luft. Ich mach da innen. Truff, truff, truff. Mitten hier im Puff, puft, puft, puft. Und es gibt gratis Suff, Suff, Suff. Fff, fff. Kann ich das gut... Ey, jetzt ne... Warte mal. Da gibt's... Hier. Wo? Ist... Da. Ich hab ne normale... ...Quest, oder? LOL. Mein erster normale gelbe Quest. Ja, die hat ich auch. Bei Gefahr bin ich am besten. Ich kümmere mich darum. Boah, das wär irgendeine Aufgabe für... ...Aufgabe für... ...Aufgabe. Spring doch einfach runter. Ich sitz... Äh. Ich bin hier jetzt schon so ewig drauf. Ja, und? Außer denn... Wenn er nirgendwo ankommt, spring einfach runter, meine Güte. Ja, aber hier sind noch drei Kollegen drauf. Also irgendwo... Was muss hier hier mit sein? Vielleicht nutzen die nur, damit sie nicht ausgeloppt werden. Weil der Charakter so ja in Bewegung ist. Wenn sie AFK sind. Ja, die bewegen sich. Die daffen sich an. Mach ein komischer Anzeichen oder irgendwas. Möge die Macht mit uns sein. Emojis. Boah, meine erste normale Quiz. Ich kann es nicht glauben. Und wenn es jetzt hier noch einen Datacron gäbe, wäre ich sowas von heavy. Aber hier scheint es keins zu geben. Ich muss sowieso da hoch. Und da oben muss ich sowieso noch aufdecken. Passt. Was ist denn das hier? Die Heldenmission. Das ist blau. Den habe ich heute schon gemacht. Fick dich. Mach ich nicht nochmal. Ich setze mich erstmal ins Zelt und ruhe mich aus. Und mache ein kurzes Päuschen. Und 피 out. Ich mach ich nicht weiter. Alles klar ist es hier.